Hallo, ich bin die Marianne Keller, Diplomierter, Ernährungscoach und ärztlich geprüfte Fastenbegleiterin. Mir ist es eine Herzensangelegenheit, Menschen zu unterstützen, die sich gesund ernähren wollen. Möchtest du auch mehr Energie haben und gesund zu deinem Wunschgewicht kommen? Wir stehen täglich vor der Entscheidung, wie wir unsere Billionen von Zellen füttern möchten. Denn du bist, was du isst, oder besser gesagt, was du verdaust. Hast du Fragen zu deiner Ernährung? Möchtest du wissen, wie du gesund Gewicht verlieren kannst ohne Jojo-Effekt? Möchtest du mehr Energie und Power haben, weniger Müdigkeit verspüren? Ich arbeite online als Diplomierter Ernährungscoach. Prüfe meine informative Homepage und ich biete dir eine 30-Minuten-Gratis-Beratung per Telefon an. Ich arbeite intensiv mit dem neuen Tagesernährungskonzept Clean9. Du kannst mit Clean9 deinen Körper reinigen. Dadurch kann dein Darm die Nährstoffe wieder optimal aufnehmen. Mit Clean9 hast du drei grosse Vorteile. Körperreinigung, du kannst gesund Gewicht optimieren ohne Jojo-Effekt und viel mehr Energie und Power erhalten. Das Konzept begeisterte tausende von Kunden, denen es funktioniert, hervorragend. Die Basis von Clean9 ist das hochwertige Aloe-Vera-Getränk mit über 270 Vital- und Nährstoffen. Natur pur, mit viel Sonnenenergie. Für dich und deinen Körper mit jedem Schluck. Prost! Kennst du die Ampelernährung? Dies heisst, sich möglichst farbig zu ernähren. Sekundäre Pflanzenstoffe liefern viele Vitalstoffe, stärken das Immunsystem. Also möglichst grüne Brokkoli, gelbe Peperoni und rote Tomaten auf den Teller. Vitamine sind zudem an über 100'000 Stoffwechselabläufen beteiligt. Iss bunt und du bist gesund. Gesunde Ernährung hat mich schon immer fasziniert. Ich bin eine leidenschaftliche Köchin und kreiere immer wieder Rezepte auf Low-Carb-Basis. Was heisst Low-Carb? Dies ist eine kohlenhydratarme Ernährung. Denn Brot, Gebäck, Pizza und Co. ist in unserer Ernährung zu gegenwärtig. Ich zeige auf, wie du dich lecker, gesund ernähren kannst. Meine Rezepte auf meiner Homepage erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Bewegung und Sport unterstützen deinen Stoffwechsel und fördern den Erfolg. Das kann simples Laufen in der Natur sein. Nur schon zügiges Gehen auf einen Berg rauf verbrennt schon schön Kalorien. Das Fitnessstudio ist eine Option oder man kann einfache Übungen zu Hause machen. Muskeln verbrennen auch im Ruhezustand viel mehr Kalorien. Und Bewegung öffnet die Fettzellen. Also, möchtest du mehr über gesunde Ernährung und ein erfolgreiches Gemichtsmanagement ohne Jojo-Effekt erfahren? Dann schaue dir meine informative Homepage an. Oder buche dir meine 30 Minuten Gratis-Beratung per Telefon an. Ich würde mich von Herzen freuen, dich begleiten zu dürfen. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.